Liebe Leute, ja, nur noch eine Dreiviertelstunde, dann ist es soweit, denn heute ab 20 Uhr sind wir live auf Dota und auf Twitch und streamen einen ganz besonderen Livestream, denn dies wird unser einjähriges Jubiläum sein. Liebe Leute, und deshalb ist es euch zu verdanken, denn heute vor einem Jahr, am 3.2.2016, habe ich mein allererstes Video überhaupt hochgeladen, dies war Supermart 3D World, by the way, ich konnte dieses Video immer noch auf YouTube finden, und ich habe mir gedacht, um das einjährige Jubiläum, sprich letztes den Geburtstag, in Anführungszeichen gesetzt, für meinen YouTube-Sendel gebührend feiern zu können, gibt es heute Abend ab 20 Uhr einen Livestream, wo wir nochmal zurückklicken auf mein ganzes und wie ich finde, doch ein erfolgreichstes erstes YouTube-Jahr, und wir werden natürlich Gameshocken und eine schöne Zeit haben. Also seid dabei, heute am Freitag, den 3.2.2017, ab 20 Uhr live auf mein Twitch- und YouTube-Sendel, Links, wie gesagt, zu allen Wichtigten in der Beschreibung. Wir sehen uns hoffentlich später, macht's gut und ciao!